Ich werde kämpfen, um die Sanctität des Wildes zu schützen. Was kann sie? Oh Gott, ich kann, glaube ich, im Reiten das nicht, weil ich... Oh Gott, ich kenne die Map nicht. Das kommt noch dazu. Ich kenne weder die Map noch davon. Das ist ja verletzt. Wieso ist die verletzt? So, was kann sie? Noch kurz Zeit. Sie kann mit ihrem Steinsperr angreifen. Sie kann eine Wand erschaffen. Sie kann eine Zone erschaffen, die... Sie kann sich verteidigen. So, jetzt kriegen wir weniger Schaden. Ist das schon First Blood? Oh, hallo. Hallo. Na gut. Ähm, naja. Lass mich mal bitte. Ich hab zu tun. Hallo. Jetzt können wir ein bisschen mehr gucken. Also. Den Steinsperr haben wir gesehen. Drei Geschosse. Erdwacht. Wir gehen in einen defensiven Zustand, sodass wir weniger Schaden bekommen und sogar auch mehr Heilung bekommen. Wir können ein Wächtertotem an unserer Position erschaffen, wo Gegner verlangsamt werden und Schaden bekommen. Und wir können eine Wand herbeischaffen. Das hab ich mir eigentlich mal machen können. Naja, ist doch egal. Eine Wand erstellen, womit wir Wege abschneiden können oder Schaden abblocken können oder... Oder Ähnliches. Das hätten wir nämlich mal machen können, um... Ähm... Hallo. Ja, das war genauso geplant. So... Ich hasse Tanks. Es tut mir auch schrecklich leid für mein Team, weil ich richtig schlecht bin mit Tanks. Oh Gott. Oh Gott. Naja. Heilung haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Wir haben gar keinen Heiler. Dementsprechend ist die Heil... Der Heil-Buff unserer rechten Maustaste völlig irrelevant. Oh Gott. Ja, ja, ja. Das war ja sinnvoll. Und ihre Ultimate, vielleicht können wir das auch nochmal ganz kurz zeigen, ist Zeichnung zu schlagen. Ich werfe meinen Sperr, diesen, ne, diesen Sperr, den ich da habe, stunne Gegner und füge ihnen auch noch Schaden zu. Was könnten wir echt nochmal machen können? Es ist... Wir haben sie eh gerade nicht. Na, dann ist ja nicht schlimm, dass wir das nicht gemacht haben. Oh, bist mir eigentlich relativ egal. Schlimmer bist... Seid ihr hier? Oh, hallo. Wenigstens wurde die noch getötet. Ah. Kann ich... Waffenschöße sind völlig wurscht. Das ist auch völlig... Ach, dann machen wir... Da ich weder kille noch eliminiere oder irgendwie dabei unterstütze... Ist das, glaube ich, relativ egal. Dann machen wir lieber ein bisschen mehr Damage. Äh, ein bisschen mehr... I will withstand this attack. Okay. Nee. Keine Lust. Oh, come on. Hallo. Na, das wollte ich aber nicht. Das war ja mal... Gar nicht knapp. Oh Gott, ich habe zu wenig Munition. Ich habe keine... Ich hätte nicht schießen sollen. Ich habe gerade angefangen, mich zu hellen. Sehr schön. Bleib mal weg. Ach, diese Scharfschützung immer. Diese Kinesa. Kann man denn mal vielleicht was... Guck mal, wir könnten das noch machen. Dann können wir unsere Fähigkeiten häufiger verwenden. Nicht, dass uns das groß was bringt, aber... Wir können es. Hier, bleibt... Shit. Ey, der klappt nicht. Ich hätte, glaube ich, mein Schild anmachen sollen. Noch dazu. Oh, da haben wir immer die Ult gesehen. Yay. Dass keiner rangeht, um die mal aufzuhalten. Ja, ihr seid Flanker. Alle. Aber... Oder Damage-Dealer-Range. Aber man hätte rangehen können, um es aufzuhalten. Kurz wenigstens. Weißt du, so mal... Ein bisschen Out-of-the-Range spielen, um ein bisschen was zu machen, um ein bisschen den Progress aufzuhalten. Hätte man machen können. Aber man muss nicht. Man muss nicht. Man kann auch einfach zugucken, wie die Gegner das einfach durchschieben. Auch völlig okay. Ich gehe unten lang. Da war die Schafschütze. Und da sind die anderen Schafschütze. Hallo. Ja. Ohne mich. Er ist so nutz. Das ist so. Sehr gut. Wie kommt der da angeschleichert? Dieser Typ mit seinem... Penetrationsstrahl. Da oben. Ohne dich? Ohne dich? Das ist halt ganz gut. In der Hinsicht, man kann den mal kurz ausschließen. Gerade diese Schafschütze, die halt echt nervt. Kann man mal kurz aus dem Kampf rausholen. Damit. Da muss man so aushalten. Auch. Der schon wieder. Das ist eine lustige Fähigkeit. Das muss man ihm lassen. Ich drück die Ladung mal ein bisschen weiter. Ich kann mir mal ein bisschen derweilen heilen hier. Guck mal. Oh ja, ja, ja. Sehr schön. Wo ist die denn hingegangen? Wir können... Ah! Dankeschön. Das war mehr als knapp. Dankeschön, mein Freund. Shit Shit, 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 nein, egal Bisschen mehr Defense Wozu sind wir, der Tank? Nach 1 Minute 40 Um 16% zu shooten Das kriegen wir ja wohl hin Ha So Geh mal weg Sehr schön, sehr gut Aua Wenn hier mal alle rankommen würden, können ich die wieder stunnen Aber das ist halt auch das Problem an den ganzen Fernkämpfern, dass die nicht so einfach mal Ich meine, gut, hier, die Kleine Maeve, die wird rankommen, aber Du gehst mal weg Sehr schön War ganz knapp schneller Meine Güte Meine Güte Ich hab Was? Was? Das seh ich aber nicht so Das seh ich nicht so Ja, das war dieses Cure of the Game Cure of the Game Aber hey Neh mich Neh mich Geschenkt ist geschenkt Ja Ich bin kein Ich bin absolut kein Freund von Tanks Aber wir müssen noch mal ran Die Folge geht erst Zehn Minuten oder so Wir müssen noch mal ran Bis gleich Das ist ja schön Das ist ja schön, dass du das tust Belagerung Gegen Direkter Schaden, direkter Schaden, direkter Schaden, direkter Schaden Direkter Schaden Gucken wir mal So Trinket Voll süß Das ist ja wirklich Mit Steinen schießt Dass die da noch auch rumliegen Könnte man die nicht auch irgendwie drehen? Ja, könnte man nicht Bestimmt kann man die drehen Garantiert steht es hoffentlich In den Kommentaren Ich werde sie nie wieder spielen Aber vielleicht für andere Die diesen Charakter spielen wollen Hallo Au Lass mal bitte Ey Sag mal Du böse Schildkröte Ich habe gesagt Lass mich mal bitte Und du tötest mich einfach Das ist nicht gerade höflich Also Muss ich ja wirklich mal sagen Solltest du vielleicht noch mal Auf ne Auf ne Benimmschule gehen So Da kommt Hallo Weißt du was hier Geh mal weg Lass mich mal in Ruhe Geh weg du Schildkröte Au Come down Come down In handy Was Was Granaten War ja zum Glück Gar nicht knapp gerade Oh sorry Das war die Killstealed Das tut mir leid Not yet Unbreakable Arsen Guck auf dass ich sie aussperre Ah da hatte ich sie nicht richtig hingelegt Die Wand Das sieht gut aus Wir haben noch eine Minute 20 Wir sind kurz davor Dass da reingepusht Da haben Ultimate steht Nicht zur Verfügung Sehr schön Schieben erfolgreich Und da hat jemand noch seine Ultimate verprügelt Das ist doch richtig schön Haben wir einen Heiler? Wir haben den Baum Ne Der kann glaube ich heilen Weiß ich noch nicht Kannst du heilen Du Baum Hä Gut Gut Kannst du heilen Niemand weiß es Niemand weiß es Ob er heilen kann Hallo Weg Da rennt noch irgendwer rum Macht Schaden Ohn mich Shit Schade Das wäre so schön gewesen Das hätte so schön funktioniert Warum zieht das? Warum dauert das auch so lange Bis es endlich mal losgeht? Habe ich wenigstens meine Ultimate dafür verbraucht? Nein Ach wie Unglücklich Unglücklich für die Gegner Komm einfach nur drauf auf den Punkt Und dann gehört es uns Hallo Ah Ah kommt der von hinten Und er schießt mich von hinten Die Ratte Ein pöser Pup Enemy Rampage Enemy Rampage Krass Push 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 Durch das Feuer Durch das Feuer gehen Ja Weg Ich hab auch noch meine Alt Na Ach Man hat Munition alle Gehen sie mal bitte Die alten immer noch nicht verwendet Ne Machen wir sie jetzt So Haben wir sie wenigstens noch verwendet zum Abschluss Yay Das ging schnell Es lag nur an mir Naja gut Okay Dann lag es an Victor Na gut Dann zeig mal was du Was du gemacht hast Okay Boah Jut War ganz nett War ganz nett Okay Das war Inari Die Es ist Gaia Sorry Oder Terra Oder Der Tank Und ich werde die nie wieder spielen Das war das letzte Mal Das erste und letzte Mal Dass ihr sie bei mir gesehen habt Ich hasse Tanks Sie macht aber Spaß Ich kann mir vorstellen Dass sie Spaß macht Leuten die Tanks mögen Macht sie bestimmt richtig Spaß Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Kaninchen Tschüss Tschüss Hat dir das Video gefallen Und du willst mehr sehen Werde ein Abonninchen Willst du schon eines So lass doch eine Pfote nach oben da Danke Tschüss 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 Tschüss